Jetzt zu einer ganz besonderen Beziehung. Es war Liebe auf den ersten Blick. Auf einer Landstraße in Schleswig-Holstein rennt Katrin Schaub ein Gänsekügen vor das Auto. Seitdem lebt es bei ihr, ist jetzt schon eine ausgewachsene Gans und hat auch noch einen Spielkameraden bekommen. Das Bad ist angerichtet. Frieda und Trude, die beiden Gänse, haben den ausgedienten Sandkasten längst als Revier akzeptiert. Und Gänsemoma Katrin Schaub aus Aukrug schleppt das Badewasser durch den ganzen Garten. Artgerechte Tierhaltung ist manchmal eben Knochenarbeit. Gerade im Sommer genießen die Gänse das auch, wenn sie sich mal ein bisschen abkühlen können und in ein kleines Wasserbecken hier hüpfen können. Wenn wir keinen Ausflug an den Badesee machen, dann ist das eine gute Alternative. Auch wenn sie dabei selbst oft klatschnass wird. Wie stark sich ihr Leben durch die großen Vögel verändern würde, daran hatte sie nicht gedacht, als sie im Juni im Auto mitten auf der Landstraße Gänsemama wurde. Ich habe dann angehalten am Straßenrand, um zu gucken, was dieses gelbe Etwas eigentlich ist. Und dann war das eben ein Gänseküken. Und da weit und breit kein Bauernhof oder Stall in der Nähe war, habe ich das Küken dann eben eingepackt und mit nach Hause genommen. Damit es da eben nicht alleine sitzt und den Gefahren ausgeliefert ist. Und damit Findelküken Trude jemanden zum Spielen hat, kaufte sie auch gleich noch die junge Frieda mit dazu. Zu Hause hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Das fand ich irgendwie auch ein bisschen komisch. Was? Weil so eine Gänse eigentlich nicht so... Kein Haustier, ne? Ja. Die ersten Nächte verbrachten die Küken noch im Pappkarton. Doch wird so eine Gans ganz schnell groß. Und damit stellte sich für Katrin die Frage, wo sollen Trude und Frieda denn schlafen? Das, was jetzt ein Gänsestall ist, das war früher mal mein Gartenhaus, das wir dann ausgeleert haben und ausgebaut haben. Weil sich schlicht und einfach keine Unterkunft für die beiden Gänse fand. Alle, die ich gefragt habe, wollten sie schlachten. Das kam nicht in Frage. Solange für ihre Gänse nur die Alternative Katrin oder Kochtopf besteht, kümmert sich die 34-jährige Zeitungsjournalistin aufopferungsvoll um Trude und Frieda. Die beiden hängen auch sehr an ihrer Gänsemama und teilen sogar ihre Leidenschaft fürs Fernsehen. Also die Gänse haben mit Vorliebe die EM geguckt. Das fanden sie unheimlich toll. Wir haben hier zu dritt mitgefiebert und uns die ganze WM reingezogen. Bis zur nächsten WM allerdings möchte Katrin ihre beiden Gänse doch ganz gerne in tierliebe Hände abgeben. Einzige Bedingung, Vegetarier sollten es sein. Ja, bitte. Einen netten jungen Mann gibt es jetzt bei Leute heute. Und damit meine ich nicht nur Florian Weiß. Wer heute ganz tapfer war, das sehen Sie gleich nach nur einem Spot. Bis morgen um kurz nach halb sieben zu unserer Samstagsausgabe. Ich freue mich auf Sie. Aber jetzt erst mal einen guten Start ins Wochenende.